Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute geht's mal ein kurzes, knackiges, kleines Umfragevideo, denn wir haben auf meinem Kanal die 16.000 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen lieben Dank übrigens an alle, die meinen Kanal abonniert haben und dass ihr regelmäßig meine Videos und Streams schaut, wird euch auf jeden Fall gedrückt und geknuddelt. Vielen lieben Dank dafür und ja, ich wollte dementsprechend ein Abo-Special machen, ein 16.000 Abonnenten-Special und ich wollte euch einfach mal fragen, was wollt ihr denn überhaupt sehen? Wollt ihr ein Abo-Special-Video sehen? Wollt ihr ein Livestream sehen? Wenn Video, was soll ich in dem Video machen? Wenn Livestream, was soll ich mit euch in dem Livestream machen? Also, keine Ahnung, Outfits, Spiele spielen, Leveln, irgendwas, wieder Spieler nerven, ärgern, keine Ahnung, also irgendwas, was man in einem Video machen kann, irgendwas, was man in einem Livestream machen kann. Also schreibt mir gerne mal eure Abo-Special-Wünsche hier unter das Video in die Kommentare. Je mehr Kommentare, desto besser. Ja, keine Ahnung, schreibt mir gerne mal eure Abo-Special-Wünsche in die Kommentare. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt und was ihr gerne sehen möchtet. Und ja, das war es tatsächlich auch schon. Mehr wollte ich nicht von euch und danke nochmal an jeden einzelnen Abo und bei jedem, an jeden, bei jedem, warte mal was, generell für die ganze Unterstützung, für die Likes, für die Kommentare, fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Kanalmitglieder, an alle Sahneschnittchen. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen lieben Dank für jeden einzelnen Support da draußen, egal was es ist. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Haut in die Tasten. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Video oder nächsten Livestream. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.